Hallöchen alle zusammen und diesmal mit einer etwas traurigeren Nachricht. Ja, ihr seht, ich entschuldige mich für etwas, aber für was kommt jetzt? Ich habe die Silk Road Folge 29 vermasselt. Ja. Es ist mir so passiert, dass ich beim Uploaden etwas schief gegangen ist und ich gedacht habe, dass die oben wär, weil ich immer im Voraus hochlade, genauso wie im Voraus drehe und mir dabei dann gedacht habe, die wär halt oben, sie gelöscht, wirklich gelöscht, gelöscht vom Papierkorb, alles mögliche, pipapo und ich jetzt ohne weiteres nicht mehr da rankommen würde und deswegen drehe ich momentan das Video und zwar tut's mir wirklich unendlich leid und ich werde euch jetzt mehr oder weniger diesem kleinen Video hier sagen, was dort eigentlich geschehen ist. Also in der Folge an sich, in der Folge ist Folgendes passiert. Es ist relativ nicht so sehr schlimm, dass die Folge jetzt verloren ist, da nicht wirklich viel passiert ist. Wir haben bloß die Viecher, die in dem Capture-the-Flag-Event halt waren, zu Ende getötet. Wir haben zwei, drei Players gekillt, die dort rumgegammelt haben. Wir haben ein paar Trophäen gesammelt, sind dann zur Stadt wieder zurückteleportiert und haben uns wieder, unsere Storage wieder aufgeräumt, pipapo und sind dann genau an der Stelle, wo jetzt Folge 30 beginnt und zwar beim Auktionshaus. Von meiner Seite, es tut mir unendlich leid, dass ich die Folge vermasselt habe. Ich werde noch irgendwie gucken, dass ich mich noch revanchiere, vielleicht mit einer, ich weiß es nicht, ich muss gucken und werde dann halt noch ein Video drehen. Ich hoffe, ihr nehmt es mir jetzt nicht allzu sehr übel, auch wenn es sehr schlimm ist natürlich. Und hiermit tschüss und viel Spaß noch.